Da fällt mir mein Lieblingswitz ein, kommt eine Frau vom Einkaufen nach Hause und auf dem Heimweg springt ein Mann aus dem Gebüsch vor sie hin und reißt sein Mantel auf und die Frau, ich hab die Schrimps vergessen. Ich finde sie ja nett. Ich warte mal. Ja, aber die Leute glauben auch an Klischees. Leute glauben auch, dass Haribo Kinder froh macht. Haribo macht die Haribo-Verkäufer froh. Und die CDU ist christlich. Und die Erde ist eine Scheibe. Und Wirtschaftswachstum schafft Arbeitsplätze. Die Sklaverei ist abgeschafft. Und Frauen sind gleichberechtigt. Und der Zitronenfalter faltet Zitronen. Und Campino ist ein Punk. Und Lee Harvey Oswald hat Kennedy erschossen. Aus drei Richtungen in sechs Sekunden. Aus drei Richtungen in sechs Sekunden.